guck sich das an hier unten ja klar dass er da schreit oder ein few fest oder hoch genug oder lang genug Ich stehe jetzt hier auf dem Truckstop, neben mir steht ein Volvo, Cherry ist schon wieder am ausflappen hier, die zittert, aber wir fangen gleich weiter. Meine Goethe, oder mein Goet, der hier befestigt war und hier lagen meine Tarps, haben sie mir die Tarps geklaut über Nacht, krass oder, sind begeistert, aber der hat die nicht, da habe ich schon geguckt, wäre auch dumm, oder. Na komm Cherry, geh mal. Gehen wir mal ein bisschen spazieren, ich glaube die haben schon zu, da ist keiner mehr. Das ist wie bei uns in South Carolina, wenn drei Schneeflocken fallen, dann ist zu, aber das ist ja kein Schnee, Schnee wäre ja noch okay gewesen, aber das ist ja Eis, das ist ja der pure Eis hier gewesen. Ja, wirklich. Hier. Schauen wir mal, ob wir hier richtig sind. Mal hier anhalten. Mal hier anhalten. Mal einen Backgroundcheck machen. Und dann können wir weg mal reinfahren und gucken, ob die offen haben, ob die da sind, ob sie mich abladen oder nicht abladen. Wenn sie mich nicht abladen, dann kann ich wieder rausfahren, können einen Truckstop suchen oder. Und bis Montag warten. weil die Nummern, die ich alle angerufen habe. Hier geht keiner ran. Nirgends. Kindernummern. Ja. Los. Einen wunderschönen guten Morgen. Montagmorgen. Kurz nach sechs. Central Time. Und ja, ich hoffe mal, dass die mich heute abladen, nachdem wir hier ungewollt übers Wochenende stehen durften. Auf jeden Fall reichen Käffchen. Donut habe ich mir gestern Abend schon geholt. Der liegt hier noch im Beifahrersitz. Der kann ja da liegen auf dem Beifahrersitz, weil Madame ja nicht da ist, die mir denn wegfressen könnte. Ja, wir warten jetzt, dass wir abgeladen werden. Ich glaube angefangen haben sie schon. Aber irgendwie. Wahrscheinlich ist Mittag oder so. Mal Zeit. So ihr Lieben. Wir haben gegotet. So, das passiert, wenn man diese scheiß Schützbleche dran hat und die Ratschen zu weit vorne sind. Aber das war ich nicht. Das war dein Zimmer selber. So. Musik Musik erwartet Musik 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 Mein Freund, also Feuer frei, Brücke und ich hasse es, BKW-Fahrer fahren dann so rüber weißt und dann geht's See you morning Good morning Good morning Good morning Plastikbecher, Thermobecher, also intelligenter Becher, der weiß bei warmen Sachen, dass er die warmen halten soll und bei kalten Sachen, dass er die kalt halten soll. Also ist ein... ne? Ist ja bescheiden. Hightech-Becher sozusagen. Verstehe ich, warum so eine Mensch in meiner Mitte fahren muss? Ah, diese Dünger... ach so, siehst du, das ist Organic. Organic Plus. Okay, verstehe. Wollte ich jetzt mal gucken, was die hier kriegen. Die kriegen hier hinten irgendwas. Wollte ich das mal... Ich habe hier irgendwo gezischt. Ich habe hier irgendwo gezischt. Ja, jetzt muss ich mal gucken, wenn das noch verflecht. Ich drücke den hier hin, fahr dann da runter und drücke dann rückwärts hier rum. Ich habe hier unten. Ich habe hier unten. Ich habe hier unten. Auf geht's! Auf geht's! Ah! 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 Oh ne! River! Die Krise! Really! Und es zischt immer noch! Zisch, zisch, zisch! So, wir sind jetzt beim Reifendienst. Weil ich hatte ihm ja gesagt, dass der Trailer eine Ehrlichkeit ist. Bei euch nochmal ganz, ganz herzlich bedanken für die vielen Jahre auf Mike on the Road. War ja noch einige Jahre mit Höhen und Tiefen. Ja, und da versuchen wir jetzt bei USA Diary wieder hinzukommen. Ne, nur aufgemacht. Ja, weil die zu Ende ist. Dass die... Dass die jetzt trocken wird da drin. Genau. Dann kommt da eh nochmal ein Trockner. So, wir fahren jetzt nochmal was... Einkaufen. Zwei kaufen, Baby. Wir gehen einkaufen. Kaufen zwei? Nein, wir kaufen nur einen. Hast du den Einkaufszettel eingesteckt? Nein, ich habe den Zweikaufszettel eingesteckt. Ciao! Wuhuuu! Also, ne? Es ist eine Metalltür und keine Pappmaché-Tür. Nur mal so zur Info. Ne? Come on. They said I'll have six and seven do them. Yeah, they got it over there, right? Yeah. Come on. Come on. No! No! No, no, no. No! No! No, no! No, no! A elves! A1 A1 A4. A1 A4! A5!